Richtig schön. Mars. Was hat denn Mars so verbaut? Guck mal, Mars ist mehr so der simple, aber vollkommen ausreichend. Was ist denn das für eine geile Wand, Alter? Das ist eine schöne Steinmauer hier noch und dann verholzt, sag ich jetzt mal. Schön. Ach, guck mal, hier eine Seite noch draufgebaut mit kleinen Aluprofilen. Schick, schick. Der fährt auch VHS-Pedale, so wie Sie aber sehen. Eine Usher-Wheel dran. Oh, ist das... Das ist ja... Oh. Interessant. Dingel-Dangle-Dongel-Bongel. What the fuck is happening here? Ah, das ist der Quick-Release mit Schnellspanner dran. Ah. Oh, da sind aber Adapter und Adapter dran, du. Da sind aber ein paar Adapter dran, du. Schön. Das sieht aber auch sehr schick aus. Oh, da ist sogar jetzt eine VHS-Wheelbase dran. Wurde da nochmal umgebaut, weil vorher war, glaube ich, eine Simmo-Cube, oder? Ja, hier ist eine Simmo-Cube dran. Ist jemand komplett auf VHS umgestiegen? Ach so, nee. Guck mal hier, das ist der VHS-Quake-Release. Der wurde adaptiert. Ah, ich verstehe, ich verstehe. Okay. Und das hier war, glaube ich... Ja, ne? Das ist eine Simmo-Cube. Ah, da wurde nochmal umgebaut. Auch ein schönes Rig von Mars. Was haben wir denn hier? Maurice. Also, Maurice hat wirklich aus dem Minimalsten-Platz, den er hatte, hat er sich was gebastelt. Richtig schön. Da soll mal einer sagen, ein Rig braucht viel Platz. Und das ist auch noch super simpel und angenehm gebaut. Schön, Maurice. Schön. Hunky. Hunky ist also so ein Krok-Typ, ne? Also siehst du, Hunky hat hier auch Probleme mit dem Platz. Die gute alte Invicta-Wheelbase. Ich glaube, ich muss wirklich irgendwann meine Maus auslagern, damit ich das hier vernünftig bauen kann. Was ist das? Ach so, das ist die Hand, die Fly-off-Handbremse, Alter, mit einem Huhn drauf. Wie cool ist das denn? Hunky ist auf jeden Fall in den Angeln drin, sagt er. Oh, das Dash hat er sich ja auch selber irgendwie hier herangedengelt und gebaut. Auch interessant. Schön. Oh, hier oben ist noch eine Information. Okay. Auch nicht schlecht. Oh, gar nicht so schlecht, Hunky. Sieht geil aus. So, was haben wir denn hier? Hier wird es wieder fancy. Oh, der Holzboden. Richtig schön alter, geiler Holzboden. Das sieht aus wie Marke Eigenbau. So ein bisschen wie Muthedes rum. Oh, hier schön nochmal Getränkehalter dran. Basil Free Kit. Oh ja, da hat auf jeden Fall einer. Da meint es einer ernst. Schöne Buttonbox hier dran. Eckart. Die 31. CSLDD. Shifter ist auch da an der Seite. Das ist auch ein schönes Rig. Das ist auch ein schönes Rig. Hörtlich, glaube ich, einer extra Platz gemacht für. So wie es aussieht. Geil. Das ist richtig, richtig schön. Jerome. Was haben wir denn hier? Strudelmax. Ach, das kennen wir doch schon hier. Das Computerproblem. Schön am Schreibtisch. Geil. Du, aus wenig viel gemacht, würde ich sagen. Aus wenig viel gemacht. Das finde ich, äh, finde ich schön. Aber das habe ich immer noch nicht verstanden, warum der PC oben auf dem Regal liegt. Wo wer immer nach oben steigt. Das, da müssen wir nochmal drüber reden, Max. Das ergibt so gar keinen Sinn. Schönes Rig. Was haben wir denn hier? Der Tisch. Oh, das ist aber auch richtig schön aus allen Himmelsrichtungen zusammen. Hier der Stuhl mit Box. Wie geil ist das denn, ey? Das ist, äh, improvisiert. Gut. Hauptsache, man kann fahren. Oh, das sieht sehr gut aus. Das ist super simpel gehalten. Also, effektiv gebaut. Ich meine, das lassen wir jetzt mal hier außer Acht so. Das ist da einfach hingeschmissen. Wegen Kabellänge wahrscheinlich. Aber das ist echt schick. Das finde ich gut. Das finde ich sehr, sehr gut. Schön. Hier Felix. Oh, hier ist ein bisschen mehr Pro-Progress drin. Von wem ist das denn? Von, äh, Knievel Set. Ist das richtig? Knievel Set richtig? Ich hoffe. Oder ist das, äh, Knievel Set? Knievel. Hier wurde auf jeden Fall ein bisschen was gebaut. Das sieht aber auch, äh, das sieht aber auch wild aus jetzt hier. Okay. Es wird ein Frame gebaut. Nee. Nee, Maga, hast du nicht gemacht. Maga, wie geil ist das denn? Du, ich hab keinen Platz, aber ist mir egal. Ich mach mir Platz. Wow, wie geil ist das denn? Wie unfassbar geil ist das denn, bitte? Oh. Wie unfassbar toll ist das denn? Die Wohnung gibt keinen Platz her, du hast zwar Höhe und dann wird das, wow, wie schön. Wie cool ist das denn, bitte? Das ist richtig geil. Stell dir mal vor, du kriegst Besuch, sitzt auf der Couch und oben ist Licht an und die Leute fragen dich, was hast du da gemacht? Und dann gehst du da hoch und dann steht da dein Rick, Alter. Wie schön ist das denn? Oh, das ist richtig, richtig schick. Ganz, ganz toll gemacht. Hier steht sogar noch ein Schreibtisch mit Rechner und sowas alles. Wow. Das ist ganz, ganz toll. Wir waren schon zu fünft da oben drauf. Naja, du, Maga, du hast hier, du hast hier Stahl. Du hast Regal unten drunter als Füße, also, das hält schon. Was haben wir denn hier so verbaut? Wheelbase ist hinten dran. Wir sind auch wieder, wird auch wieder mit Boxen gefahren. Ah, guck mal, da hat sich einer noch eine Schaftverlängerung gebaut. Die hat er sich selber gebastelt. Okay, okay. Hier wurde ein bisschen mit Klebestreifen rumhantiert fürs Bezel 3 Kit. Ah, das ist sogar eine DD1 oder 2, ne? Schön. Ha, wie geil, Alter. Holt mich ab. Ach so, jetzt, äh, das ist hier dann auch das andere Rick oder, also, der Honda. Ist das ein Honda, ja, ne? Das ist noch ein alter Honda. Evo, Dani. Was haben wir denn bei Evo? Hm. Hm, hm. Äh, ja. Ich glaube, das ist der Endgegner. Wow. Hier passiert sehr, sehr viel am Rick. Ui, hier passiert sehr viel am Rick. Oh. Hier steht der Rechner auf einer Holz... Nee. Das sind die, das sind die Teile dafür. Das sieht so nach Marke Eigenbau aus. Hier sind die ganzen Elektriksachen für die Aktuatoren drin. Oh, fancy. Okay, das ist richtig geil. Hier vorne ist aber noch das Dash so ein bisschen nachgebaut. Oh, oh, oh. Ja, doch. Auch vor allen Dingen sehr schöne Lichtstimmung. Und das ist ein richtig schönes Rick. Das ist wirklich ein sehr schönes Rick. Also, äh, Evo. Was haben wir denn hier? Alios. Nee, wie geil. Ja, so haben wir alle irgendwann mal angefangen. Ich sag's, wie es ist. So haben... Hm. So haben wir alle mal angefangen. Am, äh, an der PS4. Auf dem Tisch. Krass. Krass, krass. Okay, was haben wir denn hier? Darkos. Darkos ist auch so. Marke Eigenbau. Da ist sogar noch eine alte CSL-Elite hier, wa? Okay, Miezi. Cool, danke. Schöne Buttonbox dran, ne? Ist wirklich schick, die Buttonbox. Da ist irgendwie noch ein Handyhalter mit oben drauf. Geil. Auch schön. Super simpel. Und sexy. Maurice. Maurice fährt Mosamiezi. Kannst du bitte... Danke. Komm zur Ruhe. Maurice hat sich noch ein Tablet mit rangebaut an der Seite. Auch schick. Jetzt wurde sich, glaube ich, noch ein bisschen ausgetauscht hier. Was haben wir denn hier? Das ist von, äh, Aras de Mot. Das, meine Damen und Herren, ist ein Kunstwerk. Das ist ein Kunstwerk. Das lenkt eigentlich von dem hier ab. Das ist ein Kunstwerk. Schön. Oh, was ist denn... Warte mal, kurz. Was ist denn das hier für ein fancy Gerät? Das ist doch... Ist das das Avamedia-Ding? Das sieht sehr interessant aus. Ein schönes CSL-DD am Schreibtisch dran. Das läuft. Avamedia-Nexus ist das. Okay. Bensky-Signs haben wir schon gesehen. Hier wurde sich nur ausgetauscht, was wie irgendwo gemacht werden kann. Dafür ist übrigens der Channel nicht da. Just saying. Haki muss nochmal kurz mit seinem Replika rumprotzen. Sein Mercedes-Replika, was er sich gegönnt hat. Bin ich auch überhaupt nicht neidisch. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.